ahoi freunde der klötzchen ich begrüße euch zu einer neuen folge medikraft raschermode ja warum ich habe schon mal nicht mehr gespielt da kommen wir schon ernsthaft ich habe doch auch geschossen zählt er nicht nicht getroffen bin ich eigentlich in der rangliste seit zwei kills immerhin besser als gar nichts der ist halt jetzt vor eingelatscht ist eine double kill so nice beide gleichzeitig irgendwas ballert mich ab hat gemerkt was passiert hier unter beschutzt hat er ist da oben und tschüss ach komm ernsthaft jawohl nice ist das gemein tschüss ja dann habe ich aber auch noch erwischt was ja passt 10 kills ja das hat gar nichts hey was was ah irgendwie backt es stimmt ich wollte eigentlich noch sagen weil das eine runde so schön war fangen wir gerade noch mal an ich bin fast so üben so haben ist daneben ich glaube der hat sich den kill zurückgeholt aber das hat sich dann immer ganz besonders ich glaube das hat sich immer ganz besonders an tschüss arm ist und ich bin auch noch voll in den pfeil rein das gibt es ja nicht wenn anders ausweichen sollen einfach verdienter tod tschüss da kommt schon ernsthaft spiel vorbei oder was ja weil es so schön wird hat noch mal er hat mich gar nicht gesehen da gehen wir raus ins freie trauen uns was ja das liegt auch ah mist ah verflucht schöne schusswechsel da ist man aus dem kreuzfeuer wieder raus jawohl dann habe ich mir zurück holt daneben ich habe angst mama der war ass ich weiß du musst reinkommen kollege du musst reinkommen kollege du kannst mir sicher du kannst du was nicht irgendwas da geht du kannst du dich Ich bin noch unter dem Besten, gar nicht mal so schlecht. Okay. Oh, da konnte ich aber noch gut entfliehen. Ah, das war mies und wie mies. Nice, den habe ich gekriegt. Kommt der hier hoch, nice, nein, nein, okay, das war genug, okay, das war genug gecappt. Ah, der ist voll reingelatscht, nice. Ah, der ist auch reingelatscht, nice. Jetzt freue ich mich ein bisschen auf hier, leute. Was? Oh, das war jetzt echt brenzlig. Hey, nice, ich habe 15, der war am meisten hat, hat 18. Hallo. Hallo. Ah, Mist, das wird zu schön gewesen. Weil? Ach ja, warum nicht? Das war ein Föhn. Fandet ihr das auch schön? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.